Einander zusammen, ich hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns ja über so einen kleinen Schatz erspielen können. Jetzt gehen wir da mal kurz ein bisschen weg, dass wir nicht von so Mobs angegriffen werden. Und zwar haben wir hier trügerischer Kobi-Köder. Und ja, was macht das? Nimmt 30 Minuten lang das Anglitz eines Kobis an. Das würde ich sagen, lernen wir mal. Dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. Also, setzen wir es mal ein und jetzt seht ihr, sind wir so ein ganz eleganter, hübscher Kobi. Das Ding ist 30 Minuten lang drauf und hat eine Abklingzeit von einer Stunde. Ich vermute, das sind dann vielleicht auch mehrere Formen, weil da gibt es ja auch verschiedene Models. Aber das kann ich euch jetzt leider noch nicht zeigen. Sieht aber recht cool aus, auch detailreich. Hat tatsächlich was, das ist toll. So, jetzt gehen wir mal drauf ein, wo ihr das kriegt. Das ist ein bisschen komplexer. Und zwar müssen wir da erstmal vier Items zusammen kriegen, die wir einmal zusammen basteln müssen. Und da habe ich Handynotes für. Ich habe das jetzt schon gold, deswegen blenden wir uns jetzt mal die abgeschlossenen ein. Wir haben quasi ein paar Spots, zu denen wir müssen. Wenn wir jetzt hier drüber fahren, seht ihr, wir haben quasi einen quasi sonnenlosen Köder, trübflossenköder, hungrige Schimmerflosse und Nekrostab der Zornflossen. Und im Endeffekt gibt es eins, zwei, drei, vier Spots. Und ja, jetzt blenden wir mal das hier aus, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Jetzt müssen wir mal quasi gucken, dass wir diese Teile holen. Und die droppen eigentlich fast immer von diesen Mobs, die quasi einen Narati als Köder benutzen. Deswegen kriegen wir jetzt hier als Toll, ne, das Gegenstück dazu. Und wenn wir die umhauen, gibt es halt eine kleine Chance, dass halt einer von diesen Materialien droppt. In jedem Lager gibt es quasi eine Materialie und es läuft so, dass hier oben, ne, bei den orangen Punkten, da gab es den Trübflossenköder von den Mobs. Dann bei den gelben Punkten gab es Sonnenflossenköder. Dann hier bei diesem blauen Rahmen hier, ne, da müsst ihr nicht diese Mobs umhauen, die quasi diesen Köder drauf haben, sondern da stehen ein Haufen Caster rum. Also die Milimops droppen es nicht, die Caster-Mops droppen es. Und die können dann einmal den Negrostab droppen. Und hier bei den roten Punkten, ne, wieder um das Lager rum, da stehen auch wieder solche, die quasi so einen Narati vorne dran haben. Die droppen das letzte Item und das ist einmal hungrige Schimmerflosse. Kann auch sein, dass ihr davon schon ein bisschen was im Momentar habt. Bei den Quests und Worldquests kommt man da doch bei dem ein oder anderen Lager vorbei. Und sobald ihr alle vier habt, klickt das an und dann wird das einmal zum Toll. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Toll-Guide. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.